Ist das geil gemacht? Oh nein. Schade, ich dachte, wir müssen jetzt mal eine richtige Partie Schach spielen. Äh, hier sind noch ein paar Figuren. Was ist los? Wollen wir den König grillen oder erst mal die Königin? Ja. Ich vermisse aber mal, ich grill mal generell. Jetzt haben wir ein Problem. Musik ist recht laut. Wo bin ich? Oh, ich bin tot. Ah, ich habe sofort mit einer Feuerlieferung. Hast du das Feuer da gelegt? Nein, das war nicht mein Feuer. Oh, bin so ein bisschen tot. Bist du wieder da? Mh, jetzt. Ich weiß nicht, wenn du wieder da wärst. Ich bin wieder da. Das ist wieder so leise. Warum ist das so leise? Oh. Halt. Aua. Aua. Ich glaube, Onkel ist ein bisschen... Oh, ich bin bei... Oh nein. In welcher Phase setzt es ein? In der ersten Phase. Gar kein Problem, Coach. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja, wir dürfen nur nicht gleich sterben. Grenze? Ich seh mich halt ab und an einfach nicht, ne? Nee, ich mach auch nicht. Ich mach einfach nicht. Vielleicht sollte sich jeder auf eine verbissen. Ja, ich konzentriere mich auf den König nicht, okay? Ja, dann konzentriere nur mal den König. Boah. Oh, das ist nicht gut. Oh, jetzt hab ich kassiert. Ich kassiere hier auch gerade. Blamieren oder kassieren? Hm, ja, blamieren. Hör auf, ich kassiere mich jetzt. Oh, jetzt bin ich genau reingesprungen. Das ist so gut. Oh, nein, 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 nein. Bleib, bleib. Bleib, 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 bleib. quantitatively, bleib, 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 bleib. 歃. Du, alles, aber bleib bei mir. Hab's wieder. Die Scheiße, Alter! Ab sie! So! Ich bin nicht wie die, kaputt wie die jetzt. Oh, great! There go our magic outfits. How are we gonna kill the elephant now? I don't know. Wait a minute. That's right, I forgot. I color coded them the opposite way around to fool intruders. What? Worked, right? It's actually very smart if you think about it. Yeah, really smart. We just got fried. See? Oh, I'm still gonna miss my outfit. Oh my god. Oh nein. Wir werden nicht diesen Elefanten killen. Nee, das geht nicht. Greetings, your majesty. Hello, you don't need to bow. Now, I'm Cutie the elephant. Rose's best friend. Do you want some cookies? I actually love cookies. Cody, you're not here to stuff your face with cookies. Let's just do this. You sound unhappy. You can tell me what's wrong. That's what friends are for. No, no. Nothing's wrong. It's great. Everything's like super great. Well, I can see you're not happy. You need a hug. I kinda do. Cutie, what are you doing? Let's kill her. Kill me? Why do you want to kill me? No, 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 no. We don't wanna kill you. We just kinda have to. Just a little bit. But I'm Cutie the loving elephant. I love Rose. And Rose loves me. I don't want to die. I know. But we have no choice. I'm sorry. No! 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 This is gonna be ugly. Oh, no! Oh, no! Oh! 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 Escape shuttle! Oh! Oh! Come on! Oh! No! No, Mei! Look! She's getting away! Quick! Just do something! Oh! Hold on a second! Oh! Okay! Oh! How brutal is this then? Oh! Yes! Guess that's the way the cookie grumbles. Oh! Cutie! We don't want to do this, but we have to! No! We have to make Rose cry! It's nothing personal! We just need to break this spell! Huh? Unlead! Anna, the popsicle, once, loose! Um Ioessen! Oh, hm! Oh! 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 Ach. Nein, wir müssen sie hier. Du musst lenken und irgendeiner muss dann... Wir müssen sie schnappen. Ja, ja. Ach so, ich muss dann zuschnappen, oder wie? Ja, ja. Dann lenk du mal drüber. Ja, bleib mal stein. Guck mal, das läuft sie ja in der Mitte rum in meinem Kreis. Bleib doch mal stehen. Das war zu langsam. Ach, das dauert so lang. Ja. Hast du noch nie an so einem Automaten gestanden, ne? Doch, schon, aber ich weiß ja nicht, wie das hier... Aber das war ganz gut, wir kürzen ja von deinen Ecken, warten wir, warten, bis der blöde Elefant angeguckt kommt. Blöde Elefant, ich geb dir mal, das ist die süße Elefant-Tätte, die ich je gesehen hab. Ja, auch so, der hat dir mit mir geknuddelt, ja? Oh Mann, ey. Jetzt? Oh Gott, ist das brutal. Oh nein. Oh Mann, ist das brutal. Ich mach das nicht. Ja, komm. Ich kann das nicht. Oh nein, wir ziehen nicht die Ohren ab, oder? Oh, das Bein, oh nein. 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 Oh, we gotta get her to the edge of the bookshop. Cats on the other side. Tschüss, ey. Come on, grab her. Nein. You're scaring me. Ich kann das nicht, das ist so brutal. Oh Gott, ey. Ich hab noch nie was Brutaleres getan in einem Spiel. Wie? Ja, bewegst du. Coach, können wir nicht eine andere Lösung machen? Ja, meinetwegen gerne. Hast du einen Vorschlag? Weiß ich nicht. Kann man nicht irgendwie einfach einen Button drücken, dass sie... Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich gebe zum Protokoll, dass ich das denn nur mache, weil ich es machen muss. Oh Mann. Was ist das? Wie hält sich da am Haken der fest? Ey, wie brutal das ist. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Nee, ich... Nee, nicht da festhalten jetzt. Wir haben keine Wahl. Oh, oh! Wouldn't it be more fun to play Jump-Rope instead? We're really sorry for this! You don't have to do this! I love Bryce! Don't tell us that! Gah! Gah! Cutie? Cutie! Oh, that's good, honey. Yeah, yeah, come on, darling. Cutie! Are you okay? You're broken. I'll fix you. Oh, no, cutie. Poor cutie. I'm sorry. I'm so sorry you hurt yourself. No! May, I think it's working. Yes. Yes, she's crying! Yes! Come on! All right, we gotta get down there. Uh, quick! Before she stops! This way! Come on! Oh, my gosh! Keep it coming, sweetie! Oh, don't stop, darling! Come on, let it fall out! Sweetie! That's right! Oh! Woo! Hold on. What? Why's the spell not breaking? I don't know! The tears should be the cure! What? Oh, no. Oh, gosh. We're stuck like this! No! Oh, gosh! No! No! No, there can't be! The tears should be the... Oh! What, uh... What's this? Hey, May. May. Leave me alone. It's over. I think it's a letter from Rose. Listen. Dear Mom and Dad. I'm sorry that I did this to you. What? I know how to make everything good again. All you have to do is... I think this is it! This is the answer! Go on! How do we break the spell? All you have to do is... Whoa! Ah! Not so fast! Hey, give that back! That's our letter! You're not ready for it! To earn this letter, you must work together! You must fix your relationship! Da-da-da-da! No! You idiot! Thanks very much! You just ripped up our only ticket out of here! Yes, I did! Into four pieces! You put them together, you get the answer! Oh, you thick-headed book! Pull it! It's time to dive deeper into your souls! And collect the four letter pieces! Let's go! Woo! Hey, where are you going? Get him! Get the letter! Ah! 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 What? Ah! This is Abduction! Ah! Dankeschön für 19 Monate! Team's couples therapy! Prepare for the rollercoaster ride of your life! Give us the water! Bravo! You refer to us instead of me! You're a team now! We're not a team and we don't have time for this! Time! Good man! That will be our first topic! Aha! Now, do you give each other enough time? Okay, you know what? We actually, we don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please don't be ridiculous. You think time is limitless. That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Cloning and no sense of time. Good insights, we're making progress already. Great! Get ready! Hiyaa! Wooo! Ouh! Oh, no! Da-da-da-da-da-da-da-da! Man soll sich mal ein bisschen mehr Verständnis zeigen, Coach. Ich mag das Spiel nicht mehr. Was, wieso nicht? Ach so, wegen dem Elefant jetzt. Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Hallo? Where are we? Ist schon sehr brutal gewesen, ja man. Ah-ha! Ist das ich? Es ist du und ich. Das ist richtig! Aber wie Sie sehen, Sie sind auf parallelen Tracks, nicht zu verbunden. Sie müssen diese Tracks folgen und wiederholen sie wieder. Remember das! Wenn Sie das Erfolg haben, Sie werden Ihre erste PIECE OF THE LETTER geteilt. Good luck! Wooo! Where does he go? Okay, du musst glaube ich jetzt zuallererst... So, well, why do we need to follow those wooden dolls? The book said we have to make the two meet. So what? Let's just do it. We need Rose's letter to break the spell. And off they go. Ah, oh, okay. Probier's mal mit der Zeit. Ich schätze, das muss ich mit Klonen machen. Was? Äh... Das geht nicht. Moment. Äh... Moment. Ich verstehe es mit dem Klonen noch nicht. Das ist mit dem Klonen und mit der Zeit, dass wir das auch was zu tun haben, ne? Maybe you can reach the door, before it closes with your Klonen. Aha. Aha. Ja, weiß nicht. Jetzt wusstest du das jetzt... Nochmal. Können wir den Klonen bewegen? Zum Klonen teleportieren. Ah, okay, ja. Okay, mach nochmal. Ja. Kann ich, während ich noch am Hebel bin zum Klonen teleportieren? Mal gucken. Hier kann ich. Okay. Bin du? Bin ich drüben, du nicht. Das ist so weit korrekt. Hier ist... Ah, warte mal. ...irgendwas sehr skurriles. Oh, du, äh... Ja, aber ich... Irgendwas muss man machen. Ah, Gorgan. Wo muss ich denn hin? Ich frage für einen Freund hier. Ja, das ist völlig gut, dass du das tust. Finde ich... Finde ich schön. Wir sollten auch drüber reden, aber später. Äh, ich bin mal abgeschüttet. Naja, nicht ganz. Also, ich bin jetzt hier bei... ...oder, das Spielfigur hier. Also, ich bin oben. Aha. Muss ich da auch hin? Nein. Weiß es nicht. Kannst du da irgendwas mit irgendwas interagieren? Ich würde... Ich kann jetzt... Wie gesagt, ich kann die Zeit hier zu... Ach, hier, jetzt. Kannst du jetzt irgendwas machen? Ja, das ist völlig gut. Ja, hier ist ein Schalter, den ich jetzt drücken kann. Okay. Das ist nicht das, was ich erwartet habe, aber... Das ist so völlig... Kannst du... Muss ich jetzt da zu dir rüberkommen, oder? Kannst du die Zeit noch... Ja, warte, ich bin zu dir rüber. Ja, alles da. Ja, ich kann... Ich komme mal eben zu dir rüber, Gedackelter. Dackel. Musst du hier hoch? Oder muss ich zu dir runter? Ja, warte, da vorne ist ja irgendwie... Ich drehe mal an der Zeit. Ja, kann ich. Wer hat an der Zeit gedreht? Ah, hier, jetzt ist die... Jetzt darf ich nicht weiter. Ah, okay, alles klar. Ja... Ja, kannst du jetzt da rüber? Bestimmt, aber was ich dann hier tun soll, ist die Frage. Ich mache ja hier den Klon. Ja, warte, Sekunde. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Und du? Ja, ja, gleich. Mach mal, lass mal zusammenfallen jetzt. Ah, jetzt nehme ich dich hoch und dann müsstest du rüberspringen. Ja. okay das ist der scheiß mittlerweile ist es sogar schon so scheiße also schwer dass wir dass wir gar nicht mehr einander reinlegen ich muss wieder zusammenfügen einmal schwubbeln das ist sehr sehr schön und hier ist eine tür da oben muss ich hin glaube fucking crazy lass mal wieder die zeit los yes i know what happens okay ja bitte einmal ja kannst du jetzt hier noch mal die zeit machen an dem ding an dem passiert gar nichts da musst du erst ein zweiter kannst du da hin ja genau kannst du das jetzt manipulieren hier aber sekunde ich will moment einmal nein 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 nicht die zeit noch mal zurück oder ja ja ich dachte nur erst nachdem ich den klo machen wir jetzt du musst irgendwie ich muss da drauf wenn wir oben da musst du fort weil wenn das dann runter ist bist du auf der oberen blattform also du musst jetzt auf die plattform drauf gehen ja da muss ich den klon machen und damit ja ja habe ich jetzt ist wieder hoch und dann kann ich hier raus und kann bestimmt hier den rüssel ziehen also war doch mal eine leichteste übung knifflig und du sind die weitergefahren ja okay habe ich noch mal nach einer pippie pause fragen nein aber selbstverständlich nimmst du schön ja das ist ja mittlerweile hier ist ja mittlerweile standard übungen ich weiß nicht das sieht nach arena aus ich kann mir nicht helfen irgendwie ja geh mal runter ja geh mal runter wie lang okay der bleibt eine weile also muss ich einen klon platzieren damit das damit die drei alle gleichzeitig oben sind nämlich an also jetzt ich einen klon gehe auf den anderen und teleporte mich hin du gehst auf eine drauf jawohl okay wohl ich muss niesen tschuldigung so dann da siehst du ja da musst du was machen aber wenn ich dir jetzt wieder zurück zu dir dann ist der da ach hier jetzt musst du da rauf ja natürlich und und dann abart na guck mal das spiel kann so einfach sein ja ja ja